Hallo, hier ist wieder euer Aquariane und ich befinde mich mal wieder in der Waschanlage und das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass ich mal wieder etwas zu feiern habe bzw. Bier und zwar möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich für 1250 Abonnenten bedanken und das ist doch nun mal wirklich eine Hausnummer und bald haben wir auch die 1500 erreicht und ich bin wirklich dankbar für jeden einzelnen von euch, der mich auf dieser langen Reise bis hierhin begleitet hat und hoffentlich auch noch länger begleiten wird, wenn wir weiterhin interessante Themen, die mehr oder weniger mit der Aquaristik zu tun haben, beleuchten werden auf meinem Kanal und bald in Zukunft dann vielleicht auch wieder mal ein paar neue Aquarien einrichten können. Das ist doch mit Sicherheit spannend und ich hoffe wir alle freuen uns schon darauf, ich tue es auf jeden Fall und auch wenn die Kommentare teilweise sehr kritisch ausfallen, bin ich doch dankbar, dass ihr eure Meinung immer gut tut und ihr seid die Besten und dafür möchte ich mir an der Stelle nur noch einmal herzlich bedanken aus der Waschanlage und hoffe wir sehen uns hier auch bald wieder, wenn ich da 1300, 1400 oder noch 1500 Abonnenten erreicht habe. Also sage ich an der Stelle schon einmal herzlichen Dank bis hierhin an jeden einzelnen von euch. Zusammen macht es noch viel mehr Spaß und ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also von daher denke ich, dürft ihr euch auch gerne selbst einmal auf die Schulter klopfen für diese tolle Leistung und bald haben wir vielleicht sogar einmal eine fünfstellige Zahl von den Abonnenten. Aber soweit möchte ich ja noch nicht träumen, ich hätte es mir ja nicht mal träumen gewagt, eines Tages über 1000 Abonnenten zu erreichen. Von daher sage ich es nochmal gerne, ihr seid die Besten und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal dran bleibt, abonniert und auch den Daumen nach oben ertätigt, wenn es euch gefallen hat. Würde mich bestimmt noch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen die Glocke zu leuten, unbedingt, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, stets saubere Autos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.